Musik Wann und wo haben Sie zum letzten Mal ein Kreuz gesehen? Vielleicht in einer Kirche oder auf einem Kirchturm? Vielleicht ist Ihnen ein Kreuz auf einem Krankenwagen begegnet oder am Straßenrand? Auf jeden Fall begegnen Ihnen Kreuze, wenn Sie einen Friedhof besuchen. Das Kreuz markiert für uns das Ende. Das Kreuz steht für den Tod. Das Kreuz steht für das Endliche. Interessant ist, dass wir einen Buchstaben haben, der ganz ähnlich aussieht wie das Kreuz, nämlich der Buchstabe T. Wussten Sie schon, dass dieser Buchstabe in Abhängigkeit zu dem hebräischen T steht? Vor 3.000, 4.000 Jahren wurde das hebräische Alphabet entwickelt. Und das war eine große Erneuerung, denn damals hat man mit Hieroglyphen geschrieben oder eben mit Bildern die Sprache sichtbar gemacht. Das hebräische hat nun 22 Buchstaben und mit diesen 22 Buchstaben konnte man alle Worte darstellen. Übrigens, der erste Buchstabe heißt Aleph und der zweite Bet und unser Alphabet geht auf das hebräische zurück. Im Hebräischen gibt es nun den T-Buchstaben. Das ist der letzte im Alphabet. Taf heißt er auf Deutsch. Und dieser Buchstabe wurde vor dreieinhalbtausend Jahren so dargestellt. Mit einem ganz einfachen Kreuz, manchmal auch so. Zur Zeit, als Jesus gelebt hat, hat man dann diesen Buchstaben so dargestellt. Und heute im Hebräischen wird er meist so geschrieben. Interessant ist, dass dieser Buchstabe eben der letzte ist und ein Kreuz darstellt. In Hesekiel 9, Vers 4, schreibt einmal der Hesekiel von einer ganz brenzligen Situation in Jerusalem. Ein von Gott Beauftragter soll durch Jerusalem durchgehen und die Menschen mit einem Zeichen bekreuzigen an der Stirn, die genug haben von all dem Übel, von dem Frevel in der Stadt, die darunter leiden. Und dann heißt es in Hesekiel 9, dass diese Menschen mit einem Taf, mit einem Kreuz besiegelt werden sollen. Das Zeichen dafür, dass sie gerettet sein sollen. Ganz ähnlich wird das auch in der Offenbarung des Johannes beschrieben. Im siebten Kapitel wird ein Engel aufgefordert, dass er der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden antun soll, bis die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt wurden. Alle, die also unter dem Kreuz stehen, die mit dem Kreuz markiert sind, die sind im Lebensraum. Die sind gerettet. Das Kreuz steht in unserer Tradition oft für den Tod. Und leider steht auch das Kreuz unserer christlichen Tradition für jüdische Menschen, für Tod, für Ausgrenzung, für Verfolgung. Ja, sie haben unter Christen Schlimmes erlebt und das oft unter dem Kreuz. Und so wurde das Kreuz missbraucht. In der Bibel hat das Kreuz eine andere Dimension, die Dimension der Rettung. Der Apostel Paulus schreibt zum Beispiel, dass das Kreuz der Tod von Jesus Rettung bedeutet für alle, die an Jesus Christus glauben. Denn am Kreuz stirbt der Gottessohn und zwar nicht aufgrund seiner eigenen Vergehen oder seiner eigenen Schuld, sondern für andere, für die Menschen. Einer für alle. Damit die vielen leben können, gibt sich einer in den Tod. Und Menschen, die diesem Wort trauen, erfahren, dass sie ins Leben gerufen werden. Durch und über das Kreuz. Ich wünsche Ihnen die Erfahrung, diese positive Erfahrung des Kreuzes, das Kreuz als Pluszeichen. Das Kreuz als Zeichen der Rettung. Der ewige Gott möge Sie behüten. Ein herzliches Schalom Ihnen allen. Das Kreuz ist ein sehr, 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 sehr. Das Kreuz ist ein sehr, 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 sehr. Untertitelung des ZDF, 2020